Hallo zusammen! So, hier einmal ein kurzes Video für all die Leute, die die neue Windows Bildanzeige nicht so gerne mögen wie die alte von Windows 7. Was mich da persönlich daran stört ist, dass ich nicht irgendwo mit dem Mauscursor aufs Bild hingehen kann und einfach mit dem Mausrad drehen und dann zoome ich genau an die Stelle hin, sondern ich muss oben diesen Schieberegler benutzen und kann dann das Bild hin und her ziehen und dann muss ich es wieder raus machen. Es war angenehmer früher von wegen einmal da hinten oder da vorne und mit dem Mausrad drehen und dann war ich da dran und unten eben mit nächstes Bild, voriges Bild, naja, egal. Dafür geht ihr auf das Windows Symbol unten in der Ecke, dann einmal eintippen, Rack Edit, rechte Maustaste drauf, als Administrator ausführen. So, dann einmal bestätigen, als Administrator, dass ausgeführt wird. Dann geht ihr auf Local Machine. Na, wo bist du da? Klack. Software. Dann auf Microsoft. Dann auf Windows Photo Viewer, glaube ich zumindest. Wollen wir mal gucken. W. So. W-w-w. Windows Photo Viewer. Dann auf, oh Gott, na das mit dem C, das Einzige, was da noch übrig ist. Und File Association. So, dort angekommen. Irgendwo auf eine freie Stelle, rechte Maustaste, Neu. So, und dort tippen wir dann mal ein, nehmen wir mal Punkt JPG für dieses Bildformat. Dort dann wieder rechte Maustaste drauf, ändern. Und jetzt habe ich mir das hier schon mal in die Textdatei rauskopiert. Ich packe das auch unten einmal in die Videobeschreibung rein, damit ihr das nicht tippen müsst. Also einfach einmal rauskopieren und dann beim Wert dort einfügen. Zack. Foto. Viewer File. Assoc. Tiff oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und OK. Das gleiche. Noch einmal. Neu. Zeichenfolge. Und jetzt nehmen wir einfach mal Punkt BMP. Key für dieses Bildformat, rechte Maustaste, ändern, rechte Maustaste, einfügen und wieder OK. Das gleiche. Noch einmal. Neu. Zeichenfolge. Nehmen wir mal Punkt GIF. Ändern. Einfügen. Und OK. Haben wir was vergessen? Ja. Rechte Maustaste. Neu. Zeichenfolge. Punkt PNG. Noch einmal ändern. Rechte Maustaste einfügen. Und OK. Und JPEG fehlt noch. Also JEPG. Also rechte Maustaste. Neu. Zeichenfolge. J oder Punkt J. Ändern. Einfügen. Und OK. Und jetzt sollten wir glaube ich auch alle haben. Ich glaube jetzt haben wir alle. Dann kann das wieder geschlossen werden. Und wenn ihr jetzt ein Bild öffnet. Aber rechte Maustaste. Und zwar öffnen mit. Jetzt wird euch das alte auch schon angezeigt. Da ist es. Windows Fotoanzeige. Aber da aber nicht drauf klicken. Sondern wir gehen auf mit anderer App öffnen. Wählen es aus. Sagen immer mit dieser App öffnen. Und OK. Und ab jetzt wird immer das alte benutzt. Jetzt können wir auch wieder mit dem Mauszeiger irgendwo in der Mitte des Bildes. Mit dem Mausrad rein scrollen. Raus scrollen. Und alles ist wieder so wie es war. Ja. Ich hoffe ich konnte helfen. Das war es von mir. Und weg. Ich hoffe ich konnte.